Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Mass Effect. So, dann machen wir mal gleich weiter. Wir haben ja schon so weit alles abgeerntet. Dementsprechend landen. So, wen nehmen wir da mit? Ja, wir haben viele Punkte zu investieren. Komm, nehmen wir mal Garrus mit und wir nehmen mal Jack mit. Oder Kazumi. Nee, komm, ich nehme nochmal Jack mit. So. Punkte zu verteilen. Wir haben viel geschafft. Dementsprechend gehe ich jetzt auf Tech-Meisterschaft weiterentwickeln. Jawoll. Das heißt, wir haben entweder den Zerstörer, Gesundheit, Aufladezeit von Kräften, Vorbild abtrünnig, Schaden der Kräfte und Forschungsprojektkosten. So. Hier hätten wir eher Dauer mit drin. Zwar mehr Gesundheit, aber ich würde sagen, wir nehmen weniger Gesundheit, dafür mehr Schaden. Also, auf zum Zerstören. So. Jack hat auch vier Punkte, dann würde ich Subjekt Zero ausbauen. So, was hätten wir denn hier? Einmal Gesundheit mehr, Waffenschaden und Aufladezeit von Kräften. Ich würde sagen, ich nehme hier jetzt mal bei ihr eher so die Frontkämpferin. Mehr Waffenschaden. Das hört sich für mich momentan besser an. So, Garrus. Auch du hast vier Punkte übrig. Na denn, Turanischer Rebell. Gut. Entweder Turanischer Abtrünniger oder Überlebenskünstler. Mhm. Schaden der Kräfte bleibt gleich. Okay, gut. Wir könnten mehr auf Waffenschaden gehen oder halt mehr auf Gesundheit. Ich würde sagen, ich gehe hier auch nochmal mehr auf Schaden. So, das dürfte soweit passen. Naja, Waffen haben wir nicht so wirklich neue Optionen bis jetzt gekriegt. Schauen wir mal. Alter, ist sie. Unsere Daten besagen, dass sich Tali irgendwo in diesen Ruinen aufhält. Die Geth-Aktivität ist hoch und es besteht Gefahr durch die Umwelt. Die Solarstrahlung hat die schützende Magnetosphäre von Haystrum enorm geschwächt. Direktes Sonnenlicht wird ihre Schilde beschädigen. Ich wollte gerade sagen, Alter, das ist doch keine Sonnenlicht mehr. Das ist ja schon... Das muss ja richtig wehtun. Oha. Na gut, denn... Im Laufschritt... Ich habe ernsthafte Probleme mit meinen Schilden. Alle raus aus der verdammten Sonne! Ja... Na gut, denn... Ei, ei, ei... So, hier kommen wir nicht durch. Hier können wir nochmal Medizin holen. Notfall-Log-Eintrack. Die Geth sind hier. Ich bin geblieben, um den anderen Zeit zu verschaffen. Falls das jemand hört, finden Sie Tali-Zora. Sie und die Daten sind alles, was zählt. Kila, Selae. Okay. So, da Anlage öffnen. Erwerbungsgut. Notfall-Log-Eintrack. Die Geth sind hier. Ich bin geblieben, um den anderen Zeit zu verschaffen. Falls das jemand hört, finden Sie Tali-Zora. Sie und die Daten sind alles, was zählt. Kila, Selae. Landung, Schiff im Anflug! Na... Gleich geht der Spaß los. So muss es sein! Na, es geht ja schon mal voll nach hinten. Na, wo bist du? Da unten. Das hat gesessen! Ja. Die sind ein bisschen einfach gestrickt, wa? Aha. Doch nicht so einfach. Ähm... Jack, wo rennst du denn hin? Ich zünde sie an. Jack? Ne? Ich bin dabei! Ja? Alles klar. Jetzt hätte ich so gern einen Sniper. Ja. Na gut. Aber hier hinten vielleicht durch? Ne. Ganz schnell. Komme! Ich gebe Ihnen Deckung. Oh, was machen wir denn hier? Was das wohl ist? Schwere Pistole? Jawohl. Oh. Perfekt. Ne, das war wirklich perfekt. Medizinstation. Denen ihre Schilder halten aber auch nicht viel aus. Komm her! Ne, komm. Keine Muni mehr? Oh. Na, das ging ja schnell. Na, kommt noch jemand? Heiß, 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 heiß. Ich höre euch doch noch. Was seid ihr denn? Äh, das wollte ich noch haben. So. Hat doch schon mal geklappt. Aber hier hinten scheint ein bisschen ruhiger zu sein. Gut, ich müsste eigentlich genug Munition wieder haben, ja. Und unten bleiben. Genau, und unten bleiben. Mp-M9A-Tempester halten. Okay. Neue Maschinenpistole. Ja. Op-1, hier spricht Truppführer Carl Rieger. Bitte kommen. Over. Hier spricht Commander Shepard von der Normandy. Können wir irgendwie helfen? Stellen Sie Ihr Gerät auf Kanal 617 Theta ein. Wir waren in geheimer Mission unterwegs. Sehr riskant. Wir haben zwar gefunden, was wir gesucht haben, wurden aber von den Gästen entdeckt. Sie haben uns in die Enge getrieben. Wir können nicht zu unserem Schiff und wegen der Solarstrahlung auch keine Daten übermitteln. Was ist der Status Ihres Teams? Wie viele sind noch übrig? Wir waren ein kleiner Trupp. Ein Dutzend Marines plus das Wissenschaftssteil sind nur noch die halbe Mannschaft. Aber die Mistkerle haben dafür schon teuer bezahlen müssen. Was hat sie so tief ins Gebiet der Gath verschlagen? Erfragen Sie den falschen Shepard. Ich zähle nur und drücke ab. Es hat was mit der Sonne zu tun. Sie altert irgendwie schneller als sie sollte. Ein Energieproblem oder so. Eine Idee, wo die Gath herkamen? Eins Ihrer Patrouillenschiffe hat uns entdeckt. Ihre Landungsschiffe ließen Gath auf uns runter regnen, bevor wir uns abseilen konnten. System steht unter Gath-Kontrolle. Wir wussten, dass Sie regelmäßig die Planeten absuchen. Hatten gehofft, mit reduzierter Strahlung würden Sie uns übersehen. Müssen wir befürchten, dass die Gath Verstärkung schicken? Ich glaube nicht. Ihr Patrouillenschiff ist noch nicht wieder gestartet. Und die Strahlung blockiert jede interplanetare Kommunikation. Wie ist die Lage bei Ihnen? Wir können in Kürze da sein. Gehen Sie es langsam und vorsichtig an. Direktes Sonnenlicht grillt Ihre Schilde. Sind auf der anderen Seite des Tals im Basislager. Warte Tal Ihnen ein Versteck. Ändert zurück und haltet das Nadelöhr zu ihr. Tal, die sicher wegzubringen, ist unsere wichtigste Aufgabe. Wenn Sie sie rausholen, halten wir den Feind von Ihnen fern. Sie wollen sterben für ein paar Forschungsergebnisse? Negativ. Werfe mein Leben für die Migrantenflotte weg. Ein gewaltiger Unterschied. Ich bin kein Tech-Experte, sondern ein Marine. Wenn man mir sagt, ich soll schießen, dann schieße ich. Mein Befehl ist, Talie und die Daten zu schützen. Wenn Sie sie rauskriegen, ist der Auftrag erfüllt. Können Sie bestätigen, dass die Gäste Talie noch nicht erreicht haben? Bestätige. Habe meine Männer bei ihr gelassen. Wenn Sie hier sind, können Sie über Kong mit ihr sprechen. Jeder Marine auf diesem Felsen hat geschworen, Talie zu beschützen. Solange noch einer von uns atmet, ist sie in Sicherheit. Position halten. Wir fallen dem Feind in den Rücken. Moment. Passen Sie auf Ihren Arsch auf. Da ist ein Landungsschiff im Anflug. Mist. Der Durchgang ist blockiert. Sie müssen... Ja. In den umliegenden Gebäuden sind Sprengladungen. Okay. Das hört sich jetzt nicht so gut an. Shepard, ich habe das Gebiet gescannt und die Sprengladungen geortet, die der quarianische Commander erwähnt hat. Legen Sie es auf mein Radar. Ist erledigt. Sie brauchen beide Ansammlungen von Ladungen, um den Schritt zu entfernen. Ähm, die neue Knarre ist jetzt nicht so geil. Viel Glück bei der Landung. Aber schießt eigentlich ganz gut raus. Hat aber einen übelsten Rückstoß. Fall! Ach da. Flieg, Mist. Ich glaube, mit dem Flieg hat nicht so ganz geklappt. Ich glaube, ich stand im Weg. So, wo hatten wir... Nein, er ist ja da hinten runtergesprungen. Ich weiß nicht, ob wir da noch irgendwas hatten. Alter, das... Wer zieht die? Aber megamäßig. Nichts kann mich aufhalten. So, einen haben wir da noch. Das müsste sie ausbremsen. Das gibt's doch nicht, Alter. Ich treffe mit der Knarre gar nicht. Ich hoffe, ich kann die erst mal wieder auswechseln. Der Soldat hat was von Sprengladungen getan. Wenn wir die finden, können wir den Schuss sonst wohin jagen. So muss es sein. Ich komme mit den Fähigkeiten nicht nah genug dran. So. Alter, die Knarre ist aber megamist. Habe ich dich. So. Na, dann werf mal. Gut, der ist schon down. Ähm. Den seht ihr doch, oder? Da kann man hier schon fast ran. So, Sprengladung. Eine von zwei Sprengladungen. Na, geht ja gleich weiter. So eine schlechte Knarre, Alter. Das ist ja der Wahnsinn. Ich komme mit dem überhaupt nicht, klar? So. Na, komm schon. Ah, gut. Einen höre ich noch. Irgendwo da unten. So, erst die Schilde wegsprengen. Und dann erschießen. Ah, nun kommt. Machen wir es mal so. Wollt ihr sich da jetzt gerade hasken, oder was ist da los? Ich werf dich wie ein Spielzeug. Na, komm schon. Oh. Okay, jetzt habe ich keine Muni mehr. Alter, ich kann mit dem Ding nicht umgehen. Das ist ja mega Mist. Vielleicht treffe ich ja. Und unten bleiben. Nee, nicht wirklich. Ja. Das weiß ich mir gerade nicht zu helfen. Alter, das ist ja Wahnsinn. Das war einfach nicht. Vielleicht so? Okay. Buuuh. Das war jetzt ja, ne? Ich werde wieder die richtige Knarre auswählen. Aha. Gut, laufen wir erstmal hier hoch. Achso, noch ein Medigel. Na, das hört sich doch richtig gut an. Da scheinen noch mehr zu sein. Oh. Ja, das mit den Fähigkeiten. Das läuft nicht so. Es ist nahezu unmöglich, genaue Solarmessungen durchzuführen. Die Strahlung zerstört ständig unsere Geräte. Die Sonne dürfte sich nicht so verhalten. Noch vor wenigen Jahrhunderten war sie stabil. So schnell sterben Sterne nicht. Es ist nahezu unmöglich, genaue Solarmessungen durchzuführen. So, hier haben wir nichts mehr. Die Sonne zerstört ständig unsere Geräte. Die Sonne dürfte sich nicht so verhalten. Noch vor wenigen Jahrhunderten war sie stabil. Piep, 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 piep. Okay. Mormoni. Berg ist gut. Okay, gut. Der Sonne ist aber wirklich ein bisschen heiß. Uns fehlt noch die zweite Sprengladung. Die da vorne ist. Die Medizinstation. Schwere Waffen. Sprengladung. Da ich jetzt die Sprengladung habe. Habe ich mir schon gedacht. Nichts kann mich aufhalten. Das ist ja gut. Wenn sich nichts aufhalten kann. Mit Raketen her. Der Schuss ist zu staut. Wenn wir nach links gehen, kommen wir in ihre Planke. Ich bin's, der Esel. Ich weiß. Mir geht jetzt aber schon wieder die Muni aus. So. Machen wir's mal anders. Soku. Mit der muss ich ein bisschen frontaler spielen. Aber so weit klappt alles. Das, was ich sehe, ist noch Indium. Ich hoffe, da vorne ist jetzt nicht noch irgendwie was verdeckt oder so. Ne, kommen wir sowieso nicht durch. Alter, diese Sonne. Dann zünden wir's mal an. Ja, dann gehen wir mal weg da. Jetzt. Ich hoffe, da ist ein Waffenspin. Ich will die andere Waffe wieder haben. Ähm. Okay. Quarianische Architektur. Diese zwei Worte hört man heutzutage selten zusammen. Warum sollten die Quarianer hier ihr Leben respektieren? Ich weiß es noch nicht. Aber. Die Tempest würde ich gerne wieder austauschen. So. Da können wir gleich mit Tali reden. Wir haben aber nochmal einen Save. Den würde ich... Den würde ich gerne erst mal ausräumen. So. Okay. Irgendwas... Achso, hier. Bergungsgut. Nochmal was zum Wiederverwenden. Unsere Vorfahren sind ohne Kopfbedeckung durch diese Hallen geschritten. Die Sonne muss damals ganz normal gewesen sein. So viel Platz. Steinmauern. Ganz erstaunlich. Ich wünschte, meine Freunde könnten das sehen. Ich wünschte, Shepard wäre hier. Das könnte nützlich sein. Komm, Basislager. Na gut. Hallo? Ist da jemand? Tali, hier spricht Shepard. Tut mir leid, aber alle hier sind tot. Die Überlebenden müssen sich zurückgezogen haben. Wir wussten, dass diese Mission sehr riskant war. Verdammt. Und was tun Sie hier, Shepard? Wir sind mitten im Gebiet der Gess. Ich war gerade in der Gegend und dachte mir, ich könnte Ihnen ein wenig zur Hand gehen. Danke fürs Kommen, Shepard. Es freut mich sehr, Ihre Stimme zu hören. Carl Rieger und die verbliebenen Marines haben mich ins Observatorium gebracht. Von ihrer Position aus durch die Tür und über das Feld. Ich habe die Daten, die ich wollte und bin im Moment sicher. Aber draußen sind ziemlich viele Gess. Was für Forschungsdaten haben Sie gesucht? Es geht um die Sonne dieser Welt. Sie altert schneller, als sie sollte. Ich erzähle Ihnen mehr darüber, sobald weniger Geld auf uns schießen. Würde es helfen, wenn ich die Normen die herhole? Ich bezweifle es. Diese Gebäude sind Jahrhunderte alt. Wenn Sie sie unter Beschuss nehmen, bricht die komplette Anlage über uns zusammen. Ist noch jemand bei Ihnen oder sind Sie allein? Eine Gruppe von Rieger's Marines hat mir Feuerschutz gegeben, als ich zum Observatorium gelaufen bin. Einige von Ihnen müssten noch am Leben sein. Ich kann hören, wie Sie draußen auf die Gess schießen. Jemand hat anscheinend die Tür für die Gess versiegelt und die Konsole ist beschädigt. Können Sie sie von Ihrer Seite aus öffnen? Warten Sie mal. Ja, das geht. Jetzt. Sie müsste jetzt offen sein. Seien Sie vorsichtig, Shepard. Und bitte tun Sie ihm Möglichstes, damit Rieger am Leben bleibt. Nervös. Dann probieren wir es mal. Ich glaube, ich bin wenigstens wieder an die bessere Knarre. Sie haben uns gesehen. Seien Thronen können sich tarnen. Das habe ich auch gerade gesehen. Ab ein. Ne, ist Ziel schießen, wa? Haben Sie ja. Oha. Na komm, deine Schilde halten nicht ewig. Liga unter Beschuss durch eigene Truppen. Ähm, du stehst mir auf vollkommenem Weg. Da steht doch jemand. Zählst du dir nicht? Und warum hält der so viel aus? Der schießt doch nicht zurück. Neue Drohnen. Das tat weh. Jetzt schießt er ja doch zurück. Na, gehen wir mal ärgern. Wie viel will der denn noch aushalten? Okay. Ich glaube, das war es jetzt. Hoffe ich mal. Perfekt. Neue Drohnen. Muni. Ach. Neue Opfer. Können wir nicht viel aushalten. So nervig ohne Ende sind sie schon. Schöne sind ausgefallen. Dankeschön. Hab ein. Hab ich dich. Das hat meh getan. Ihr steht da auch mitten in der Sonne, ne? Okay, gucken wir mal hier rüber. Ach, Kommandant war das. Na gut, denn. Er ist den Klein weg. So muss es sein. So muss es sein. Der macht das aber auch wenigstens Sinn. Dass der so viel ausgehalten hat. So war der. Nichts mehr mit Kommando. Au, 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 au. Heiß. Ich auch. So nochmal gucken, ob wir hier noch irgendwo was haben. Aber sieht nicht danach aus. Es sei denn, ich soll da wirklich gleich ordentlich lange rüber laufen. Ei, ei, ei. Immer ja richtig gegrillt hier auf dem Planeten. Ich hoffe, ich habe die Sonnencreme eingepackt. Okay. Ein Kuloss. Ein Kuloss. Na, wie in alten Zeiten. Gar keine Frage. Gleich geht der Spaß los. Den kriegen wir so nicht. Wir haben da noch einen One-Safe. Äh, ich hack den mal kurz, während wir mitten im Kampf sind. Passt schon. Ähm, jetzt hänge ich hier so ein bisschen fest. Ich glaube, das sollte nicht so gewollt sein. Weil ich dachte, die Zeit hält dann an. Gut. Gehe ich denen dann jetzt die Schilde runter. Der frisst ja alles Mögliche denn. Hier könnte man den Fähigkeiten, dürfte es vielleicht hinhauen. So verbrauche ich auch nicht so viel. Nehmen wir schon eine Überlastung. Eine nach der anderen. Okay. Ja, mich ärgert jetzt, dass ich mir... Achtung, der Koloss ist wieder auf den Beinen. Sie sind direkt vor uns. Tropfführer Call Rieger von den Narines der Migrantenflotte. Wir hatten vor der Ankunft des Landungsschiffes Funkkontakt. Ich weiß immer noch nicht, weshalb sie hier sind. Aber jetzt ist nicht die Zeit, große Ansprüche zu stellen. Tali ist drin. Da drüben. Die Gäste haben den Rest meiner Männer getötet und werden versuchen, zu ihr vorzudringen. Es ist mir lediglich gelungen, ihre Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Sind Sie sicher, dass sie immer noch am Leben ist? Das Observatorium ist gut gepanzert. Selbst die Gäste brauchen einige Zeit, um da durchzukommen. Und es ist schwer, eine Tür aufzukriegen, wenn man unter Raketenbeschuss steht. Die Gäste haben fast Zugstärke. Aber das Schlimmste ist der Koloss. Das Ding hat ein Reparaturprotokoll. Er duckt sich und setzt sich selbst in Stand. Wenn er geduckt ist, kriege ich ihn nicht ordentlich ins Visier. Ich habe versucht, näher heranzukommen. Und dann hat mir einer ihrer Scharfschützen ein Loch direkt durch den Anzug geschossen. Wie schlimm ist der Schaden an ihrem Anzug? Kampfsiegel geschlossen, um die Kontamination zu isolieren. Und ich schwimme in Antibiotika. Vielleicht erwischen mich die Gäste. Aber ich werde jedenfalls nicht mitten im Kampf an einer Infektion draufgehen. Das wäre ja beleidigend. Was können Sie mir über das Schlachtfeld sagen? Rechts befindet sich ein Steg mit einer Art Ausguck für Scharfschützen. Von dort aus könnte man ordentlich Schaden anrichten. Aber keiner von meinen Männern ist an den Gäste vorbeigekommen. In der Mitte gibt's Deckung. Aber der Koloss hat sie auf dem ganzen Weg dahin im Schussfeld. Und die Gäste können von beiden Seiten angreifen. Links haben sie Deckung vor dem Koloss. Dafür haben die Gäste freies Schussfeld auf sie. So haben sie auch mich erwischt. Irgendeine Idee, wie wir mit dem Koloss fertig werden? Das Standardvorgehen gegen Einheiten der Kampfläuferklasse ist Schwächen der Schilde und Niederringen. Sie wissen schon, mit Insektenbissen umbringen. Aber das Reparaturprotokoll macht diesen Plan zunichte. Wenn man versucht, ihn niederzuringen, duckt er sich einfach und setzt sich selbst in Stand. Was immer wir also unternehmen, muss diesen Mistkerl schnell verschrotten. Vermutlich müssen wir dazu näher ran. An der Deckung da vorbei. Wir müssen zu Tali. Irgendwelche Vorschläge? Nur einen! Ich kann kaum noch laufen, aber Abzug drücken ist kein Problem. Und ich hab einen Raketenwerfer, den die Sonne noch nicht gegrillt hat. Sie gehen näher ran. Ich beschäftige den Koloss und ruiniere vielleicht sogar seine Schilde. Mit etwas Glück können Sie ihm da den Rest geben. Sie haben schon genug getan, Riga. Sie müssen nicht ihr Leben wegwerfen. Ich hab Sie nicht um Erlaubnis gefragt. Meine Aufgabe ist, Tali zu beschützen. Wir haben auf unserer Seite nicht genug Leute, um Ihnen einen abzugeben. Halten Sie sich raus! Ich stehe hier nicht tatenlos rum, während Sie in die feindliche Schusslinie laufen. Sie haben meine gesamte Einheit erledigt. Und wenn Sie Ihre Einheit ehren wollen, geben Sie mir Feuerschutz. Ich brauche Sie hier, falls die Verstärkung kriegen. In Ordnung, Shepard. Wie Sie wollen. Machen Sie sie für mich fertig. Kila, Tali! Ärger voraus! Okay. Dann müssen wir mal gucken. Ich würde nach rechts gerne hoch. Das war knapp. Jetzt. Na, komm. Alter. Der Koloss ist schon mal nervig. So, erstmal soweit freischießen. So, der ist nicht nah genug rangekommen. Ich kann halt nicht auf den Koloss gucken und gleichzeitig da drüben die Sniper wegschießen. Jetzt kommen Sie nicht raus, oder was? Dann kriegst du eine Überlastung. So. Möchtest du noch eine? Na, komm. Willst du dich nicht ducken? Können wir den ganzen Tag so machen? Okay. Er hat sich geduckt. Hab ich mir schon gedacht. Ja. Ei, 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 ei. Da unten ist noch einer. Und der Koloss wartet schon. Gleich weg mit dir. Sei vorsichtig, Kaross. Das muss ich mir aber selbst auch sagen, ne? Okay. Ei. Ich dachte, ich stand in Sicherheit. Aber jetzt können wir so langsam schon an dich ran, hier. Einer weniger, um wen wir uns sorgen müssen. Fängt da auch noch die ganze Zeit zu schießen an, hier. So, und Panzerung können wir schon wegbrennen, oder? Und unten bleiben. Jawohl. Ah, ich glaub, Programmierfehler, oder was? So. Na, komm. Ah, war ein bisschen zu früh. Da haben wir den Koloss. Sekunde, ich hab die Tür verschlossen, damit nicht noch mehr Gifts reinkommen. So, das müsste es gewesen sein. Ja, aber ich würd gerne hier nochmal erstmal Munition mitnehmen. In der drüben liegt nämlich, glaub ich, auch nochmal Munition, ne? Wunderbar, nehmen wir mit. Boah, so wie es aussieht, bin ich, äh, voll mit Munition. Hier können wir jetzt maximal 799. Okay. Wenden sie nicht den einen noch dazugeben können? Na gut, wurde nochmal ganz heiß hier. Dürfte jetzt eigentlich alles haben, was wir jetzt hier rumliegen hatten. Ich brauch unbedingt mehr Schaden auf die MPs. Oder ein bisschen mehr mit schwere Waffen spielen, aber dann fehlt sie mir ja immer. Na gut. Rein hier. Ich muss nur schnell diesen Download beenden. Mhm. Danke, Shepard. Ohne sie wäre ich niemals lebend aus diesem Raum rausgekommen. Diese gesamte Mission war eine Katastrophe. Ich wünschte, ich hätte mich ihnen damals auf der Freedom's Progress angeschlossen. Aber ich konnte nicht zulassen, dass jemand auf einer so riskanten Mission meinen Platz einnimmt. Viele Quarianer haben hier ihr Leben verloren. War es das wert? Ich weiß nicht, Shepard. Es war nicht meine Entscheidung. Der Admiralitätsrat war der Ansicht, dass die Information hier jedes Opfer wert ist. Ich muss glauben, dass sie wissen, was das Beste ist. Ich habe nicht gefragt, welcher Ansicht irgendein Admiral ist, sondern was Sie davon halten. Viele sind hier gestorben. Einige davon waren meine Freunde. Und alle haben ihre Sache gut gemacht. Diese verdammten Daten müssen schon ziemlich wertvoll sein, um diesen Preis zu rechtfertigen. Was können Sie mir über Ihre Forschungsarbeit hier sagen? Hastroms Sonne wird instabil. Zur Zeit der Quarianischen Kolonie war sie ein normaler Stern. So schnell ändert sich das normalerweise nicht. Irgendeine Ahnung, was die Sonne destabilisiert? Ich würde vermuten, dass das Innere des Sterns von dunkler Materie beeinflusst wird. Der Effekt ist ähnlich wie bei Sternen, die beim Eintreten in die rote Gigantenphase Masse abstoßen. Aber Hastroms Sonne ist dafür viel zu jung. Warum auch immer, es freut mich, dass ich helfen konnte. Sobald Sie die Daten abgeliefert haben, könnte ich Sie auf der Normandy brauchen. Ich habe versprochen, diese Mission zu Ende zu bringen. Das habe ich getan. Ich kann mit Ihnen gehen und die Daten an die Flotte schicken. Und wenn die Admirale ein Problem damit haben, können Sie zum Teufel gehen. Ich habe gerade mit angesehen, wie mein ganzes Team gestorben ist. Vielleicht nicht Ihr ganzes Team, Ma'am. Riga, Sie haben es geschafft. Ihr alter Käpt'n ist so gut, wie Sie sagten. Der verdammte Koloss hatte überhaupt keine Chance. Die Normandy kann Sie von hier wegbringen, wenn Sie möchten, Riga. Die Gath haben unser Schiff nicht beschädigt. Solange wir von hier wegkommen, bevor Verstärkung eintrifft, ist alles in Ordnung. Ich werde Sie nicht begleiten. Ich schließe mich Commander Shepard an. Ich übergebe die Daten dem Admiralitätsrat und der Stadt der Bericht, was passiert ist. Ich überlasse sie jetzt Ihnen, Shepard. Beschützen Sie sie. Okay, Mission erfüllt. So, Stufenaufstieg. Maschinenpistole Tempest. Näh, nicht so geil. Äh, Stummgewehr Schaden. Schwere Pistole haben wir noch dazu gekriegt. Was ist das Waffenupgrade Schaden? Ah, okay, gut. Credits und Iridium. Cerberus hat Aufnahmen von Ihnen im Einsatz, Talisora. Wir freuen uns darauf, Sie im Team zu haben. Ihre technischen Kenntnisse werden für die Mission von großen Vorteilen... Ich kenne Sie nicht, aber Cerberus hat die Sicherheit der Migrantenflotte bedroht. Nett und freundlich zieht bei mir nicht. Deshalb sind Sie hier, Tali. Ich brauche Leute, die nicht zu Cerberus gehören und denen ich vertrauen kann. Ich hatte nichts mit dem zu tun, was der Migrantenflotte widerfahren ist. Aber ich verstehe Ihr Misstrauen. Hoffentlich können wir das im Laufe unserer Zusammenarbeit hinter uns lassen. Ich hatte angenommen, Sie wären undercover tätig, Shepard. Vielleicht sogar mit dem Plan, Cerberus zu zerschlagen. Falls das der Fall ist, leihe ich Ihnen eine Granate. Falls nicht, arbeite ich für Sie. Aber nicht für die. Wenn es hilft, sehen Sie sich doch mal auf der Normandy um, solange Sie hier sind. Wir haben ein paar Upgrades. Ich besorge Talisora die nötige Sicherheitsfreigabe, damit sie auf unsere Systeme zugreifen kann. Bitte tun Sie das. Ich kann nicht Teil Ihres Teams sein, wenn ich nicht weiß, wie das Schiff funktioniert. Vergessen Sie nicht, Shepard, dass diese Leute es für eine gute Idee gehalten haben, thorianische Creeper und Rachni zu versklaven. Ich bin auf dem Maschinenweg. Vergessen Sie nicht, sich bei Edi vorzustellen, der neuen künstlichen Intelligenz des Schiffes. Oh, oh. Na gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier aber an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn. Dann würde ich sagen, machen wir hier ein und bis denn. Dann würde ich sagen, machen wir hier ein und bis denn.